Hallo zusammen, der Regen hat uns wieder einen Strich durch die Richtung gemacht, weshalb wir weiterzogen und nach Feido am Gotthard weiterfuhren. Dort fanden wir einen tollen Stellplatz. Nach zwei Stunden geht es endlich auf die Autobahn und es geht etwas flotter vorhanden. Aussicht auf Kobo reicht Null. Es steht da fast der Kolb. Aber jetzt kommt ein Zeug in der Schweiz für das Messer. Die Touristikon. Die Touristikon. Die Touristikon. Die Touristikon. Die Touristikon. Die Touristikon. Angekommen im Areas Ostercampo Leventina. Kein Schuffler, sehr schöner, kleiner, sauberer Platz, circa 50 Kilometer vor dem Gotthard. 25 Franken mit Toilettenbenutzung, 20 Franken ohne Toilettenbenutzung. Er schmeißt sein Geld in den Umschlag und dann in die Kasse. Da kriege ich kein Wasser. Was hat die Erklärung? Das Stalier ist wirklich sehr, sehr schön. Haldinge, sehr schön geräumig. Dusche mit Duschwand, Vorkraum, Mütze. Sehr sauber, geräumige Schritte. Habt ihr nicht? Ja, du bist ich. 70 Meter vom Platz entfernt gibt es diese Chico-Bad am Bahnhof. Oho. Was? Ja. 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 Das ist Choragaskar. Alles in allem ein richtig toller, kleiner Stellplatz. direkt 20 Kilometer vor dem Gotthardtunnel.